Oh, hi. Es wird bei mir Zeit für einen Dreh. Geil. Nice. Entschuldigen Sie, das ist ein High-End-Gerät. Security, Security. Passt nicht auf, das Gerät ist teuer. Den Raum haben wir gemietet. Können Sie bitte gehen. Wir wollen uns, dass es nicht Zeit für uns gibt. Dankeschön, danke. Die üben gerade die zwei, wir machen ja Aufnahmen für den Fasching. Online-Beitrag. Es ist kein lustiger Fasching. Den einzig richtigen Online-Fasching des Chemie-Elferrates. Und da habe ich ein bisschen Technik mitgebracht und ich muss jetzt schnell noch alles einstellen. Die üben den Text und dann wird gefilmt, was das Zeug hält. Und hier ist niemand mehr. Mach was, was du machen musst. Vlog ist beendet. Ich habe es nicht mehr aufgenommen. Wir müssen jetzt ganz schnell zu mir. Daten umwandeln. Schneiden. Oh, das Programm geht gerade nicht, habe ich gesehen. Das ist richtig scheiße. Aber wir sehen uns gleich, Thomas, was zu essen und das ging jetzt auch schwer. Was kann man den Leuten mitgeben? Liebe. Ne, Wasser. Wasser. Trinkt hexagonales Wasser, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist ganz neu auf dem Markt. Hat noch nicht jeder. Ist noch nicht Mainstream. Hexagonales Wasser. Ciao. Puh. Zurück aus dem Schnitt. Und das war das Making-of eines Beitrags für den Online-Fasching am 21. Januar. Sorry, sorry. Ich nochmal aus dem Schnitt. Das habe ich jetzt immer wieder falsch gesagt. Das ist nicht der Fasching der Chemie. Der große Jubiläums-Fasching der Chemie wird im Sommer stattfinden. Das ist nur eine kleine Hinführung im Januar. Und jetzt geht es weiter. 20.22 Uhr stattfinden wird auf YouTube, also von den Gelben. Kommt vorbei, seht euch den Beitrag an und sagt, der Beitrag mit dem Wasser war der allerbeste. Sobald die Schauspieler haben gut geschauspielert und der Schnitt war gut geschmeidig. So, in dem Sinne, ich schneide gleich das nächste Video. Wer weiß was. Ich hätte noch ein paar Ideen. Hm. Hm. Wollt ihr was sehen? Kommt, kommt. Ich zeige euch. Moment. Ich habe das Video noch genug. Kann ich nicht währenddessen drehen? Nein, kann ich nicht. Moment. Ach, ich zeige euch nichts.